Liebe Golpingsmitglieder, liebe Ehrenmitglieder, liebe Gäste, es freut mich sehr, Sie heute Abend begrüßen zu dürfen im Namen der Golpingsfamilie Kohlnau. Ganz besonders freue ich mich natürlich, dass wir heute Abend einen Mann hier zu Gast haben, der also, ich will mal so sagen, fast weltbekannt ist. Und dieser Applaus ist jetzt nur für ihn, Herr Uwe Dritschler. Ich rede jetzt nicht über seinen schulischen Werdegang, ich rede auch nicht über seine berufliche Ausbildung, seine Berufstätigkeit oder seine Zusatzqualifikationen, sonst wird es zu lange dauern. Über seinen Familienstand kann ich reden, er ist verheiratet, hat einen Sohn, der ist hier dabei, als Verstärkung und ich möchte kurz auf die sportlichen Highlights eingehen. Wir haben hier einen Amateurweltmeister, einen deutschen Meister, dreifacher Europameister, Weltmeister und bei den südbadischen Meisterschaften im klassischen Boxen, der zweite Platz herum. Da sieht man mal, was er schon alles sportlich geleistet hat. Wir waren auch sehr froh, ihn heute Abend hierher zu bekommen, weil sein Terminkalender ist natürlich prall gefüllt, ist ganz klar. Und er hat sich sofort bereit erklärt, hier bei uns diesen Vortrag zu machen. Man muss natürlich dazu sagen, er ist ein halb Kohlnauer und das war für ihn eine besondere Ehre. Okay, jetzt nur sagen, es ist dein Körper, mach was draus. Das sind nicht meine Worte, sondern seine Worte. Und ich freue mich jetzt auf den Vortrag, Abenteuer zu Fuß von Kanada nach Mexiko. Dankeschön. War es nicht umgekehrt? Ja, von meiner Seite möchte ich Sie ganz recht herzlich begrüßen zu dem Vortrag. Ich habe mich natürlich unheimlich gefreut über die Einladung, dass ich hierher kommen durfte. Das meiste, was ich mich jetzt gar nicht mehr vorstelle, war perfekt gemacht. Das Einzige, was vergessen wurde, ich habe noch eine kleine Tochter. Aber sonst war alles perfekt. Im Vortrag wird es so circa, ich gucke, dass ich, wie gesagt, das ist eine lange Reise gewesen. Eigentlich können die drei Wochen darüber reden. Ich habe es jetzt einmal so in eineinhalb Stunden so verpackt. Eineinhalb Stunden wird es ungefähr gehen. Wenn Sie Fragen haben, bitte während dem Vortrag vielleicht nicht fragen, weil sonst komme ich ein bisschen aus dem Konzept. Oder das ist dann immer schwierig, damit ich reinzukommen. Aber danach bin ich gern, stehe ich gern zur Verfügung, wenn Sie mich gern Sachen fragen. Aber im Normalfall, sage ich jetzt mal, sind fast alle Fragen beantwortet. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und ich hoffe, ich habe ein paar schöne Bilder und Videos für Sie dabei, dass Sie einfach mal einen Eindruck kriegen, was auf so einer Tour alles passiert und auf was man aber achten muss. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.